Was ist die Sonne? Ich glaube, das ist die Sonne, die da das Licht reflektieren lässt. Was ist denn hier drin? Ganz viel Munition! Ja, endlich! Und ein Geocache! Und noch mehr Munition! Aber keinen nur für Bogen. Ich brauche den Bogen. Ach komm, leider. Du kannst diesen Stein nicht... Okay. So, erstmal die ganzen Waffen nachladen. Alle nachgeladen. Alle nachgeladen. Sehr gut. Dann müssen wir jetzt hier lang und dorthin und hoch. Nice. Sehr gut. Hier rüber. Dann... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lara dreht sich. Dreht, ja. Dreht sich aber auch komisch. Okay. Gut reingesprungen. Mal sehen, was wir hier oben noch alles finden. Was können wir hier machen? Sieht so aus, als könnte man hier auch noch irgendwas machen. Hm. Okay, soweit komme ich nicht mit dem Pfeil. Schade. Zack. Okay. Hier muss ich natürlich springdrücken, ne? Oh Gott! Okay, wie mache ich das jetzt? Okay. Rüber. E. Hier lang klettern. Muss ich da runter? Ne, da runter muss ich glaube ich nicht. Ich kann mal runter gehen. Okay, nein, ich gehe hoch. Weil ich Leer, dass ich gedrückt habe, anstatt... ...was anderes. Wie soll ich den Überlebensinstinkt einsetzen? Oh, ich könnte da runter. Ich will da einmal runter. Okay. Das einsammeln. Was haben wir jetzt bekommen? Nichts, wie es aussieht. Und irgendwas Neues. Okay. Oh, wie süß! Das will ich gar nicht wissen. Das will ich definitiv nicht wissen. Okay, wir müssen jetzt hier sogar wieder lang, ne? Okay, und runter. Runter, Leerra. Nicht so! Solltest du dich doch festhangeln. Wieso funktioniert das immer dann, wenn man es möchte, nicht? Aber wenn man es nicht möchte, dann... Ja. Ist ja behindert, ey. Hoch. Jetzt. An's Seil springen! Nicht an's Seil springen! Okay! Wieso springt sie nicht an's Seil? Ja, geh, geh! Okay, jetzt springt sie an's Seil. So weit weg war ich nicht. So weit weg... Nee. Okay. Das hat funktioniert. Ich liebe Feuerpfeile. Muss ich jetzt... Komme ich da hoch? Ja, ne? Ja, okay, easy. Zack, da könnte ich dann mit der Dings rein, ne? Geheimes Grab in der Nähe? Wo? Nein? Geh weg! Da ist das geheime Grab. Ich will das geheime Grab finden. Hey, was ist denn los? Das ist so gemein, den Leuten mal verbrennt zuzugucken, ne? Ohne Witz. Es ist so gemein. Okay, wo kann ich... Ach, da muss ich hin? Okay, nee. Dann will ich das geheime Grab. Okay, dann war das die Tür. Geh hoch, Lara. Danke. Geh doch! Darauf... Und wieder rüber. Ja. Nochmal gucken, was hier so ist. Irgendwas Interessantes... Wird hier schon sein! Ne, geh mal runter. Was ist das da? Ich weiß es nicht. Also das Rote da eben. Ich kann es bewegen, ja. Ah, okay. Kann ich da so rüber und dann zurück. Super. Okay. Dann hier hin. Kann ich da wieder hoch. Äh, das hier holen? Was ist denn hier? Ich will nur in dieses geheime Grab. Weil die Gräber sind cool. Dann ist es, glaube ich, wirklich hier. Ja, da sind auch Zeichen an der Wand. Okay, ich denke, das ist hier. Einfach mal öffnen. Ja. Nice. Äh, hier lang? Da ist noch was? Okay. Was finden wir diesmal? Kopfstütze, okay. Eine Kopfstütze. Sehr interessant. Erstmal hier reingucken. Das können wir auch machen. Nice. Mensch, 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 Mensch. Munitionen sind voll. Okay. Sehr gut. Volle Munition ist immer schön. Sehr, sehr schön sogar. Das sieht hier echt interessant aus. Was wir hier wohl finden werden, Leute. Was für ein Grab ist es diesmal? Was? Ah, so kommen wir da hin, wieder zurück. Okay. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Müssen wir nicht wieder unten lang kriechen, glaube ich. Wo sind wir hier, ey? Nee, ich will das mit dem Feuerpfeil aufmachen. Sonst habe ich die ganze wieder die Fackel in der Hand und das... Ach, nee. Nervig. 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 Ich kann auf jeden Fall... wieder... den Bogen upgraden. Auf jeden Fall. Wo sind die ganzen Kinder hin? Oh. Weiß ich nicht, wohin. Ich denke... Irgendwo. Nur nicht mehr auf der Insel. Ei, 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 ei. Ich hätte das Schiss, dass es hier irgendwie... einstürzt, während ich drin bin hier. Während ich mich hier lang krieche. Oh, ein Lagerfeuer. Optionales Grab. Das überflutete Gewölbe. Okay. Erstmal den Fähigkeitspunkt angucken. Hier können wir ja nichts machen, ne? Nee, was brauchen wir dafür? Die Waffe auf Rang 3. Was machen wir denn? Dann machen wir erstmal das hier weiter. Äh... Ach, das brauchen wir auch dafür. Ach, komm. Skimen wir einfach das. Sie haben den höchsten... Ah! Achso, jetzt sind wir Rang 3, oder wie? Ja! Achso! Mhm, das macht... Okay. Das ist super, natürlich. So, Pfeile. Also den Bogen haben wir jetzt auf 100% so gesehen. Müssen halt noch weitere Upgrades freischalten. Hier haben wir noch 260. Können wir davon irgendwas? Hier war nichts, ne? Hier war alles 300. Genau. 200 und 250. Schussfrequenz erhöht. Und hier? Mhm. Achso, nein. Dann machen wir das mit der Schussfrequenz. Zack. Super. Okay, da können wir mehr jetzt nicht machen. Wo müssen wir lang? Wir müssen erstmal hier durchgucken. Hm. Man sieht super viel. Das war ein Teil der Forschungsanlage. Stimmt, so sieht das auch aus. Wir müssen uns hergeschickt, um die Stürme zu untersuchen. Hier zum Aktivieren. Der Strom ist noch da. Wie kann das sein? Weiß ich nicht. Es muss einen Weg über dieses Wasser gehen. Okay, ich darf da nicht reinfallen, sonst werde ich gebrutzelt. Ich glaube, das wollen wir eher nicht. Mit dem Floß könnten wir da langfahren. Komm schon, Lara. Danke. Ich hasse es, dass ich hier eh gedrückt halten muss dabei. So, dann könnte ich das Floß irgendwo hinziehen. Von der Seite aus auf jeden Fall. Äh, zack. Das war laut. Gibt es hier noch... Hier ist ein Geocache, glaube ich. Ne, das ist nur eine Reflexion. Okay. Alter, das ist echt laut. So, herziehen. Kann ich nicht abwackeln. Schade. Ich kann hier raufspringen. Kann ich mich jetzt irgendwie... Irgendwo... Da oben kann ich mich ranziehen. Okay. Ah! Aber was bringt mir das? Ich weiß es nicht. Ich ziehe das Boot mal noch ein Stückchen weiter. Ein Stückchen weiter hierher. Komm mal her. Komm mal noch weiter her. So, reicht. Hier rauf. Dann muss ich von hier aus das runterziehen. Und ganz schnell übers Wasser. Super. Das hätte funktioniert. Super geil. Das Ding ist laut, Alter. Aber übel laut. Was haben wir hier noch so? Nichts. Müssen wir irgendwie hier oben lang oder so? Hä? Was müssen wir machen? Da oben lang? Da ist was. So, ich hätte das. Was haben wir hier? Ja, da waren wir doch schon. Wir sind doch jetzt schon rüber. Achso, ich muss hier lang übers Wasser kommen. Ah! Dann würde ich mal sagen, müssen wir das Floß vielleicht hier langziehen oder so? Ah! Okay, okay. Ich habe nicht... Ich habe... Okay, ich habe es gecheckt. Wir müssen... Das hier jetzt hochziehen. Und dann das Floß da unterziehen. Wieso hat das beim... Manu. Komm, schnell! Sehr gut! Das hat funktioniert. Geil. Super geil. Super, super geil. Okay. Oh, und ich musste keine fünf Jahre überlegen, um das herauszufinden. Das kommt selten vor bei mir. Das brauche ich immer Ewigkeiten, um zu checken, was los ist. Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, so kommen wir wieder zurück. Über dieses Seil da eben. Hier finden wir... Los, mach auf! Ganz viele Schätze. Oh ja. Grab durchsucht. Wir haben wieder... Dinks, Strand mit Schiffswrack-Reliquien, Karte-Belohnungsort. Okay. Alles klar. Lara hat mich gerade erschrocken, ey. Dass ich einfach auf einmal runterfällt. Holy shit. Ne, hier müssen wir nicht speichern. Achso, von da... Ja, da oben. Okay, jetzt weiß ich wieder, was da oben war. Ich dachte gerade, hä, waren wir da oben schon? Oh mein Gott. Habe ich diesen Weg übersehen? Aber nein. Stimmt, da waren wir schon. Mensch. Immerhin habe ich schon mal einen Namen für den Part. Das geflutete... Äh, Gewölbe. Das überflutete Gewölbe. Yeah. Ist ein schöner Name. Also fast. Karte aktualisiert. Ja. Schön. So, wie kommen wir jetzt hier zurück? Hier, ne? Hier. Ja. Ja. Runterfallen. Schaffen wir das echt? Ja, das schaffen wir. Ei, die gekacke, Lara. Respekt, dass du sowas packst, ey. Ohne Witz. Das ist schon... ...ne Nummer. Hei, 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 hei. Ich glaube, ich würde nicht so weit springen können. Oder hätte er dann auf jeden Fall nicht mehr die Kraft, mich da festzuhalten. Ohne Witz. Gut. Gut, wir müssen jetzt wieder weiter. Äh, da war das genau. Zack. Ranbinden und... Runter. Zack. Okay. Hier finden wir gleich definitiv das neue Upgrade. Oder das... Die neue... Den neuen Ausrüstungsgegenstand. Denke ich jetzt mal. Die Sonnenkönigin wird heiß. So. Er hat genug Zeit zu pausieren. Genau. Okay, wo... Was müssen wir... Genau, wir sind ja eh auf dem Weg zum... Zu... Wie heißt er nochmal? Alex? Um Reyes... Um Reyes... Werkzeug zu holen. Vielleicht ist ja so... Werkzeug davon der Schlüssel dafür. Was wir da machen müssen. Weiß ich nicht. Oder... Äh... Der Schlüssel zu dem neuen... Zu der neuen Ausrüstung. So. Hä? Das ist ja so... Manchmal denke ich mir sowas labere ich eigentlich. Für den Müll. Jo. Uh! Neuer Fähigkeitspunkt. Supergeil. Hier. Greifen sie nach einem Ausweichmanöver an. Sind sie noch tödlicher und... Was? Also greifen sie nach einem Ausweichmanöver an. Sind sie noch tödlicher und können... Da nahezu jeden Feind ausschalten. Yeah! Nahezu jeden... Kluges Mädchen. Tief mit. Cool. Haben wir vielleicht... Wir haben 200... Ne, wir brauchen mindestens 300 für irgendwas, ne? Stimmt. Hm. Ne. Ach da. Da ist noch so ne Wand. Ups. Hab ich gar nicht gesehen. Okay, nice. Hup. Okay, nice. Rüberspringen. Hochspringen. Rüberklettern. Da müssen wir jetzt eigentlich nicht hin. Wir können ja von hier aus schon rüberspringen, ne? Ja, genau. Könnten wir. Okay, super. Rüberspringen. Achso, hier muss ich nicht mal rüberspringen. Das schafft Lara auch so. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sieht aber auch geil aus hier, ne? Ohne Witz. Müssen wir den vielleicht laden oder so? Das wär cool. Aber nein, müssen wir leider nicht. Schade. Hier kriegen wir definitiv den neuen Ausrüstungsgegenstand. Da war eben schon wieder so ne Wand. Oh Gott, oh Gott. Gibt's hier noch irgendwo was? Ach, als ob ich ihn nicht besiegt hab. Was? Oh, Leute. Alter, ich hab ihn... Wie hab ich ihn nicht besiegt? Ich hab ein Headshot verteilt. Was ist denn das? Das hasse ich manchmal. Den da oben kann ich auf jeden Fall besiegen. Was geht da oben in der Palastur vor? Der braucht ja über den Tag draufsteigen. Geht's ein Problem, dann wissen wir Bescheid. Und wach uns mit dem Funk. Die ganze Nacht nur euren Stuch. Etwas nicht anzuhören. Und der hätte uns so als du ich sagen. Halt den Mund. Moment, Herr Klemm. Scheiße, ich bin jetzt. Okay, den hab ich auch. Bitte. Ich bin nicht dein Scheißfrau. Nein. 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 Nein.